Hallo Leute Ich bin wie ihr seht in der Fraktion Medik Und ja Und Tom ist auch wieder online Lieber Tom ich lade gerade eine Folge hoch an Ich wollte die um 16 Uhr hochladen heute aber Da ich total Probleme habe mit Internet dauert es ein bisschen Also sorry dass um 16 Uhr nichts gekommen ist Dafür muss ich mich entschuldigen Ich hab so ein bisschen Kohle Ich brauch Kohle ey Gehen wir mal ein bisschen arbeiten Schauen was man noch machen kann Ähm ja Gehen wir mal zum Shop Center Gut Gehen wir mal vor Hm Geile Sorry Ähm Ja also Ähm Ok Straßenbahn Etwas schnell Habe ich das Gefühl Guck mal hier ich hauste dich gleichzeitig Aua Guck mal hier Guck mal hier Hey wo ist die Tosse? Die Tosse ist weg! Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Taxifahrer Transporteur haben wir noch Ähm Schwere Kisten Gefährlich Stoffe Machen wir mal Transporteur Hier Das ist genau wo Ok da Ok Verkaufe FFT Verkaufe FFT Leute nicht in Auto fahren dann nicht mehr wenn ihr Leute nicht am Auto fahren und dann Ja gut es war grad bei mir so Da ist wieder Parken Bei mir ist nur grad Spiel abgestürzt Deswegen stand da grad einer am Bahnhof und ja Tramporteur Tramporteur Die Voraussetzung war LKW Fahrer Aber ich glaube es kaum dass man da jetzt äh mich ja parken Ok Da kann ich wie in meinem Mülleimer rum Mal schauen was nach hinter Hm Und ich finde was Hm Keine Ahnung Filzstift Oh ja Guuuuut Ich hab schon was für jeden Shop gemacht Ob ich das mal was sagen soll Also Der Zugshop Also die Zug Wingsau Keine Ahnung Ist etwas verpackt Ich hab das Gefühl Pizzaboy 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 Wenn die Pizza ich komm vorbei Und ich schwärs euch bitte ins Mund rein Pizzaboy 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 Zu mein Haus Yay Ich muss Pizza zu meinem Haus fahren Das ist immer crazy Wir machen die Pizza zu dein Haus Pizza 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 Pizzeria Oh ich hab so voll Bock auf Pizza eigentlich Hm Pizza holen was solls Ich hab um die Ecke einen Pizzalarmen bei mir Der macht gute Pizzaboy Ne Ich wohne hier bei Württemberg Wie alle wissen glaube ich Keine Ahnung Ja Oh Gott Ich könnte mal in die Comments schreiben Ob ihr auch mal Hallo krank gerade Ob ihr mal eine Folge von GTA 5 wollt Und mal richtig Chaos anrichten Gut ich muss mal wieder GTA 5 spielen gleich Ähm vielleicht kommt vielleicht nach noch eine Folge Von GTA 5 Ich weiß nicht Also gut wenn die Folge oben fährt Das weiß ich nicht Wow ich darf nicht hinfliegen Das Krankenhaus Und ja Da steht ein Auto mit auf der Straße Hm geht Kann machen Und jetzt müssen wir Da runter Kann man lang fahren Ich weiß nicht 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 Kann man Und Mauer Mauer Oh ich werde nicht Pizza Pizza zu meinem Haus fahren Hey Haus Pizza ist da Mission erfüllt Level 2 Jetzt geht es auch um Zeit oder was Jetzt geht es auch um Zeit oder was Ich weiß nicht Jetzt müssen wir Jetzt müssen wir zu der Bank Hey Könnt ihr mal Spassiv anders geben dauern Ich bin krank im Flieger Und G Was ist denn mit G Was ist denn mit G Habt nichts gesehen G Was ist denn mit G alter Guck mein Auto an Oh nein Oh nein ichEO Mein Auto Da ist ein lustig immer neben Einsatz Simpel Ja simpel Sinnlos... 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 Deathmush Pizza ist da Oh man Wie lange muss ich das machen, Alter? Fahrzeug Pizza Bowl Wo hin jetzt? Hm... Wir machen das noch ein paar mal in der Goma Ich glaube irgendwann kann man noch mit LKW... LKW was machen weil... LKW Führerschein reisen Warum braucht man dafür einen LKW Führerschein? Ich frage mich ja nicht Der Pizzaboy, der Pizzaboy, der Pizzaboy Pizzaboy Ich bin der Pizzaboy 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 FZ... Alter, was will der mit FZ, mein Junge? Test! Ich vercheck das echt nicht Zeitfahrt Zeitfahrt, was ist das jetzt? Mach mal auf Zeitfahrt kurz Es gibt mir Zeit Ok Ok, ich werd's mal Wer schießt da? Schaff ich, Blocker Ok, haben wir noch geritzt? Level 6 Zeitfahrt Ok, das machen wir da, ist Schluss Nein Ist wieder da? Gäh? Na ja, gut Wenn's so ist, dann ist egal Wir können ja mal bei der nächsten Folge Können wir mal ein bisschen Gut, hier ist ein NP-Online Ok, 43, darauf sind wir Ähm Auf Sanitäterdienst gehen Und Ja Können wir machen, also Gleich Achso Wieder einen neuen Aufnahmetasten Ui, so weit Ok, also Zeitfahrt Level 7, mal da schwer Ja Gut, also Ich würd sagen, es reicht jetzt schon wieder Weil das schon wieder lang ist, glaub ich Ähm Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Ciao und Lass ein Abo da Oder kommentiert's, keine Ahnung Wie ihr wollt, also Bye Bye